Nein, bitte! Ich will bleiben. Ich muss ihn unbedingt sehen. Wir müssen sie hier rausschaffen. Einem Musiker wie ihm zeugt man Respekt. Sie sind gefeuert. Waren Sie es nicht, die sich direkt an den Rand der Bühne gesetzt hat? Sie? Ich will Dirigentin werden. Sie will Dirigentin werden. Weißt Du, wer er ist? Frank Thompson. Er ist einer der wichtigsten Konzertmanager. Solange er mich in Ruhe lässt. Wohin ist die Tochhandel? Du lacht uns jetzt zusammen? Vor dem Konservatorium? Wohin bin ich alle nicht lieb? Frauen eignen sich nicht dazu. Sie können nicht führen. Ich werde bald verreisen. Das geht nicht. Warum nicht? Weil ich Dich in meinem Leben brauche. Sie ist gerade in Berlin. Berlin? Sie hat vor, dort dirigieren zu studieren. Ich habe ein Empfehlungsschreiben für Sie. Kein Arsch. Sie dürfen Menschen, die Teil Ihres Lebens sein wollen, nicht einfach wegstoßen. Das ist Ihr großer Tag. Da ist sie! Wir nehmen sie niemals auf. Die Welt will sie scheitern sehen. Sie können nicht einfach weglaufen. Wir haben eine Vereinbarung. Ich folge keiner Frau, die ihren Platz nicht kennt. Eine Frau leitet 100 Männern. Mit oder ohne Ihre Hilfe, Herr Muck. Ich werde Dirigentin. Es geht ja nicht um Leidenschaft. Ganz ohne Zweifel fing sie mit dem Dirigieren an, weil sie sonst nichts kann. Es ist eine Abnormität. Was? Frauen? Es widerspricht der musikalischen Tradition. Diese Welt lässt dich nie wieder los. Wer ist diese Dame? Brico. Antonia Brico. Brico.